Hallo Jungs und Mädels. Heute gibt es mal ein Video über ein Thema, das einige von euch sicherlich schon befürchtet haben. Und genau das ist auch eingetreten. Ja, genau das. Das da. Also, um mal vorne anzufangen. Nach dem letzten Video haben sich mehr Leute als erwartet bei mir gemeldet, die Lust hätten, eine Rolle zu sprechen. Zum Zeitpunkt vom Schreiben des Skripts haben sich bereits über 40 Leute in meinem Discord versammelt. Ganz ehrlich, ihr seid die Besten. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal anmerken, dass ich den Großteil meiner Zuschauerschaft nur durch Spiele gewonnen habe und Anime was ganz anderes und Neues für meinen Kanal ist. Dafür ist das schon wirklich viel. Kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Ich habe mir alle Synchronsprecher, die ich für Folge 1 gebraucht habe, zusammengesucht. Diese haben auch schon ihre Aufnahmen abgegeben und ich habe angefangen zu schneiden. Auf halber Strecke dachte ich mir so, ich werde ja ständig gefragt, wie weit ich bin. Also, wieso haue ich nicht einfach mal meinen aktuellen Fortschritt als ungelistetes Video raus, damit sich die Sprecher das schon mal angucken können. Das habe ich dann auch gemacht und das war auch ganz gut so. Denn mir ist aufgefallen, dass das Video trotz einigen visuellen Effekten und dem vollständigen Bearbeiten des Audios direkt nach dem Hochladen Copyright gestrackt wurde. Ich habe dann das Ganze nochmal versucht. Mit mehr visuellen Effekten und einigen Szenen habe ich auch einfach gespiegelt. Dadurch ist das Ganze aber aus irgendeinem Grund noch schlimmer geworden. Und wundert euch nicht. Das ist zwar von Sony Music geclaimt, ich bin mir aber sehr sicher, dass das Bild das Problem ist. Man kann durchaus Einspruch erheben, aber das scheint YouTube ziemlich ernst zu nehmen und ich habe echt keine Lust auf Rechtsstreit. Wieso also dieses Video? Einerseits wollte ich mich bei den echt coolen Menschen bedanken, die ich schon kennenlernen durfte und andererseits, um meine komplette Community mal nach einer Meinung zu fragen. Ist euch das wichtig, dass die gesamte Folge parodiert wird? Oder wäre es aus Copyright-Gründen auch eventuell in Ordnung, das Ganze auf die witzigen Stellen zu begrenzen? Hier oben rechts findet ihr meine Infokarte, wo ihr direkt abstimmen könnt. Und wer weiß, vielleicht gibt es hier ja auch irgendjemanden, der sich mit sowas auskennt. Wenn ja, kontaktiere mich unbedingt direkt auf Discord oder auf YouTube, damit wir eine Lösung finden können. Also vielen Dank fürs Zuschauen, das wäre es erstmal von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal, haut rein! Bis zum nächsten Mal, haut rein!